Willkommen zu einem neuen Video. Fragen mit grünes Gestrüpp. Willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt mir Fragen gestellt, ich beantworte sie euch. Let's go! TompiPlus Frage. Was ist dein Ziel mit YouTube und was halten deine Mitschüler und Eltern davon? Also mein Ziel war es früher, da wo ich mit YouTube angefangen habe, reich zu werden. Faith! Und keine Ahnung, ich hatte diese YouTuber im Kopf, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt Lambo fahren, weil die YouTube machen. Ähm, ja mittlerweile ist es, ähm, ist es die Monetarisierung freizuzeiten. Buh, richtiger Sch*** wird es dir da gerissen, da ist es über undurchschnittlich. Die Community halt ein bisschen mehr aufbauen, äh, nice Content zu produzieren und, äh, halt neue Sachen auszuprobieren. Darauf hätte ich richtig Bock. Ja, äh, das sind momentan meine Ziele und eventuell bis zum Ende dieses Jahres noch vielleicht die 5000 Abonnenten zu schaffen. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Ziel, aber wir könnten es erreichen.